hallo liebe leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge mods und co ja wir sind bereits in folge 372 und sind wieder mal in einem produktions special gelandet genau ja hier sind schon die erste produktion vor uns da sehen wir auch schon das ist das schild angeben hier gibt es brot und kekse das ist der ganze trick man sieht auch hier schon die abgabepunkte einmal für cookies einmal für bretter drüber für brot hier ist als eingabe bis jetzt nur milch drin das liegt einfach daran dass hier auf der auf der karte keine zucker oder mehlproduktion und hand drauf ist weil sonst müsste man sowas garantiert auch an liefern hier sehen wir sprechen dann die palette die paletten plätze wo was ausgeliefert wird und hier seht ihr nämlich auch dass die anlaufpunkte dementsprechend noch sind kann auch sein dass hier noch öl oder irgendwas anders angeliefert werden müsste weil die produktion läuft der theoretisch gesehen immer mit dem was drauf ist auf der karte das heißt also wenn jetzt die anderen rohstoffe auch hätte würden die rechts in der liste mit auftauchen dass die ganze geschichte optisch sieht das ganze sehr gut aus wir haben wieder ein schönes stein den schönen stein bereich da hier so ein halb runter gelassenes tor dritten kann sogar reingucken paar rampen zu hoch gehen schön dekoriert das ganze hier sieht man nämlich da müsste noch eine runde mehl angeliefert werden und sowas aber das haben wir halt noch nicht da und hier wie gesagt kommen dann die sache raus man sieht hier auch die counter stehen dass man aussieht wie viel das oder wie viel gerade angeliefert worden ist der einzige punkt den wir jetzt halt über die karte aktiviert haben ist halt die milch nur klar weil es sind ja auf jeder karte kühe vorgesehen bis jetzt normal fahren ja also das wäre dementsprechend die produktion und deswegen ja also da findet die andere sache auf der karte auch drauf habe funktioniert sie auch mit den anderen rohstoffen die dazu kommen das haben wir im letzten bereich ja und jetzt mal richtig getestet und festgestellt dass das ja ohne probleme da einfach dazu kommen das hatte ich ja glaube ich in der folge wohl die lemonadenfabrik drin war da habe ich dann jetzt zitronen nachträglich reingeführt aber weil zitronen in der wunschliste mit drin hier ist es dementsprechend ähnlich da sind wir schon bei der nächsten mod ich zeige sie gleich alle im shop weil die alle im global company ordner drin sind und hier haben wir jetzt eine schöne joghurtfabrik ja hier sollte zucker angeliefert werden aber so sagt keine zuckerfabrik auf der karte drauf deswegen sehen wir das natürlich jetzt hier nicht logischerweise auch in einem großen behälter hier wie ihr seht gehört hier milch hin na klar joghurtfabrik sollte milch sein und da seht ihr es momentan muss man milch anliefern und dann kommt joghurt raus und eigentlich sollte hier auch noch zucker angeliefert werden hier hat man wenn wir die paletten station wo das ganze hinkommt und ich sehe die vermutung dass es vielleicht auch noch eine anlage anlaufstelle gibt für paletten wenn paletten da wären so dass er die ersten bei den nächsten sachen hier sind gewächshäuser läuft auch über die global company mod die infos kriegt man immer vorne an der tür hier sieht man einmal dass wir hier kürbis ja dementsprechend dabei haben in der nächsten variante es muss immer wasser und mist angesetzt werden also wasser und mist angeliefert werden hier kommt nichts anderes dazu hier haben wir dementsprechend einmal als produktion wie sieht man auch mal schön mit so zubehör müll lüftungsanlagen ist alles da wir sind alle vom prinzip gleich aufgebaut und hier haben wir das gleiche für burken hier immer den mist rein hier kommt immer der wasser rein das wasser rein hier seht ihr wieder deko und hier sind die paletten plätze wo das ganze abgeholt wird soja was habe ich denn noch hier drauf gesetzt ich habe noch zwei sachen hier drauf gesetzt und zwar eins ist das warehouse das warehouse hatte ich schon mal das ist jetzt hier bloß in einer neuen version das ist etwas überarbeitet worden und vor allen dingen sind viele types dazu gemacht worden das heißt also es sind mehr sachen eingetragen worden die man dort verkaufen kann das heißt also von dem warehouse findet sonst nicht mit so super vielen verkaufsständen oder verkaufsplätzen arbeiten wollt oder euch die original nicht reichen aber ihr wollt einen universellen dazu haben den ihr euch selber platzieren können ist der warehouse zwar schon eine gute wahl weil die varianten wenn die up to date sind also immer wenn ihr euch neueste versionen davon zieht sind auch neuere früchte oder neuere produkte eingetragen worden das heißt also dadurch habt ihr immer eine chance dass die sachen da verkauft werden da das jetzt hier alles ziemlich neues und die das warehouse ein paar tage vor einigen anderen sachen hier rausgekommen ist steht hier noch nicht alles drin ich gehe jetzt hier einfach mal im shop party durch dann seht ihr das ganze auch hier vorne sind die ganz normalen früchte da seht ihr auch so warehouse übernimmt auch einige andere sachen wie zum beispiel wolle und baumwolle könnt ihr auch in the warehouse also das warenhaus verkaufen genau wie hier zum beispiel aus silage und gras und so was das immer alternativen hauptsächlich zu sachen wo wir nur einen verkaufspunkt haben milch ist jetzt hier nicht eingetragen wollen wir haus und eier auch nicht aber zum beispiel kürbis part war hier schon drin wir war hier schon drin wein und auch das brot war schon drin weil es gab schon mal eine bäckerei das ist eine neuere version wo es dann halt auch die kekse noch zusätzlich zu der anderen geschichte mit dem wein und so was kommen wir dann gleich noch das ist noch die andere mal zum zeigen aber so seht ihr selber hier wird das nach und nach alles unten eingetragen zum beispiel auch die ganzen anderen geschichten die schon vorgestellt hatte ich hatte so wäre außer schon mal vorgestellt da konnte man das unten dann auch sehen und da war es dann unten auch alles eingetragen so ich würde sagen ich mache jetzt mal erst die shop variante und dann kommen wir noch zum letzten objekt so hier seht ihr es auch schön immer mit bild dabei cookies 175.000 hier seht ihr selber cookies und brot kommt rein und das ist es in dem sinne dann wenn ich drauf drücken würde wird es nur gesetzt werde ich zeige euch das gleich noch mal in der global company übersicht dann seht ihr die sachen noch mal auch hier q kammer kost 65.000 da sieht man halt mist und wasser und es kommen raus gurken wie hier auch abgebildet die destille das ist das was ich gleich noch zeige da sieht er kommt die ganze menge rein oder kann eine ganze menge reinkommen und eine ganze menge rauskommen hier unten ist vermuten auch nicht alles eingetragen zeige ich aber gleich das kann ich am besten an der mod selber zeigen hemd genau das gleiche mist und wasser kommt rein und es wird halt hemd produziert das gleiche funktioniert genauso mist und wasser kommt rein und kürbis kommt raus die liegen bei 100.000 und bei 60.000 warum die destillerie so teuer ist kann ich gleich zeigen weil da gibt es den ganzen haufen produkte und eine menge zum reinmachen das ist also schon eine sehr schöne geschichte und hier sieht man selber milch kommt rein joghurt kommt raus sobald der zucker noch bei mir wird das zucker hier auch extra stehen die fabrik kostet dann 110.000 so wie sie dann hier zu sehen ist ja ich würde sagen ich mache jetzt erstmal den weg zur destille das wunderbare gebäude was wir hier sehen und fangen wir auf dem umgekehrten weg an nämlich mit der auslieferung wir laufen einmal eine runde so hier seht ihr auslieferungspunkte den zähler und paletten plätze genauso wie hier auch den zähler und paletten plätze auch hier seht ihr schön mit fässern und sowas alles deko mäßig sieht das alles sehr gut aus bis hin zur zähleruhr obst wein geschichten da kommen wir nämlich deswegen gleich dazu hier stehen auch schön die fässer dann hier um die ecke haben wir die nächste abgabegeschichte hier ist auch noch schön deko angebracht und hier ist nummer vier weil die fabrik tatsächlich vier produkte rausschmeißt könnte ein bisschen ordentlicher gehalten werden hier aber ihr seht selber dann ist es alles da paletten weiß ich nicht ob hier der abgabe punkt noch ist oder ob die ohne arbeitet man braucht auf jeden fall wasser anlieferung da sieht man auch hier die bestandsuhr sogar hier wie die pumpen geschichten das alles ins gebäude geführt wird und so ich weiß nicht wo man hier einen stapel ersatzräder stehen hat aber hat man halt hier ist auch container glänz kriegs distillery hat man noch den lkw das ganze abtransportiert oder noch woanders hin transportiert na auch hier schön in den deko bereich geraten und hier vorne sehen wir jetzt auch gas zähler alles ist da hier sehen wir dann auch die produkte an sich also wasser sugarcane und mais oder gerste das ist das was jetzt hier angeliefert werden soll daraus wird gemacht im normalfall bier rum und whisky jetzt kommt der ganze punkt sugarcane für den rum klar und der rest halt für für bier und für rum halt whiskey halt so ja wie ihr seht haben wir noch eine vierte variante und das ist der wein part der noch ausgeliefert wird hier seht ihr kommen die ganzen schüttgut sachen rein dementsprechend habt ihr hier auch die bestände dementsprechend von dem schüttgut was ihr abgegeben habt man könnte es vielleicht sogar noch mal erweitern ihr seht hier ist sogar noch ein tor dementsprechend dann offen also ist es geschlossen aber der platz wer noch damals zu erweitern mal gucken was daraus gemacht wird auch hier schön mit den ganzen hebeln und anschlüssen und was man also hinsetzt und hier ist nämlich die andere sache ich habe noch mal die produktion vorgestellt von den grapes also von trauben wenn die grapes produktion die besprechen die auf der karte drauf wäre dann würde das auch noch als rohstoffe verlangt werden also seine der etwas aufwendigen geschichten wir haben tatsächlich vier rohstoffe die reingehen vielleicht sogar fünf wenn die paletten verbringt drauf wäre ich weiß es nicht genau könnte falls ihr eine auf eure karte habt und setzt sie hier probeweise drauf könnte es ja gerne mal schreiben und hier würde man dann die grapes halt anliefern hier wäre der punkt dafür hat man hier richtig schöne förderband geschichte gemacht dass man halt die grapes hier auch drauf sieht und hier geht es dementsprechend rein und dafür ist auch denn die abgabe hier und die fässer das ist halt für die wein geschichte also das ist schon eine sehr schöne sehr aufwendige produktion wo man sehr viel mitmachen kann muss ich sagen also ein sehr schönes ding finde ich auch vom gebäude her dementsprechend sehr gelungen wenn man sich das ganze hier so anguckt das macht schon was her so okay aber jetzt geht noch mal auf das global kommt die mod geschichte ein ich habe jetzt die variante 111 drauf glaube ich es gibt schon eine neuere ich bin nicht ganz sicher link wo immer die neueste version findet findet ihr unter der zum beispiel unter der allerersten folge von der saxonia zum beispiel da ist auch die globe kommt die modder mit verlinkt cookies so fängt das ganze an ich habe jetzt hier das neue die neue übersicht durch die 111 variante habe ich jetzt hier die karte also immer wenn ich klicke seht ihr auch der punkt hier wandert die hat den wohl stehen habe ich habe natürlich nebeneinander aufgebaut sonst würde die punkte über die karte waren ja das ganze stehen würde eine karte seht ihr selber ist eine umgebaute felsbrunn das ist die volksbrunn 2 0 als die frage noch mal auftauchen sollte so dann kann man hier auf die übersicht gehen dann seht ihr selber das ist die produktion milch rein und es halt kekse und und brot raus wahrscheinlich auch noch mehl rein wenn mir halt da wer bei den kürbissen mache ich mal eine probegeschichte auf das nicht immer das gleiche prinzip hier geht immer mist rein wasser raus und wir kriegen dann entweder pumpkin also kürbis jetzt in dem fall raus oder cucumber spricht gurken oder halt hemmt sprich haben frau's joghurt fabrik schuldigung das reisbam haben wir auch hier hier geht milch rein und kommt joghurt raus und wir wissen auf jeden fall dass auch zucker hier verlangen wird wenn zucker an bord wäre also ein zucker auf der karte drauf wäre dafür ist ja auch ein abladepunkt da gewesen ja und die destillerie das wird hier die aufwendigste variante sein ich hier drauf geht selber sind beide seiten zum scrollen wir haben hier meist gerste zucker und wasser auf der einen seite und raus kommt jetzt hier wein whisky rum und bier in dem fall ja zwar noch mal wegen dem halskram wie gesagt sobald hier grapes drauf werden gebe ich fest davon überzeugt dass denn hier auch das vierte der vierte wunsch nach grapes die besprechen bei rohstoffen dann auftauchen wird also eine sehr sehr schöne geschichte finde ich echt gut gemacht also die gefällt mir mit am besten sieht auch sehr gut aus so ja aber was soll ich sagen mit dieser ganzen blick geschichte hier auf der destillerie sind wir auch gleich wieder wenn der folge freute so schnell geht's ich hoffe dass euch gefallen hat würde mich sehr freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder mit dabei sein würde wenn es euch gefallen hat lassen passenden daumen da ich für mich auch selber einen teil freundeten aber wer natürlich klasse sei noch mal vielen vielen dank für die unterstützung und bis morgen